Guten Morgen meine Damen und Herren und wieder eine Ausgabe des Videostrategie-Thickers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Donnerstag, dem 14. Juli. Es bleibt bei der Schaukelbörse. Auch gestern war Erholung angesagt. Der DAX konnte zulegen um 1,31 Prozent, sogar mit einer relativ guten Marktbreite. Es gab 26 Gewinner, nur vier Verliereraktien innerhalb des DAX. Im MDAX waren es 41 Gewinner gegen neun Verlierer. Und im TechDAX war das Bild etwas ausgewogener mit 17 Gewinnern und 13 Verlierern. Die USA haben eine nochmalige Drohung von der Ratingagentur Moody's erhalten. Anfang Juni hatte man ja eine eher allgemeine Warnung ausgesprochen. Nun wird es etwas konkreter. Man setzte das AAA-Rating auf den Status Review. Das heißt, man prüft eine Herabstufung. Und die US-Politik hat ja leider immer noch keine Einigung hinbekommen bei der Anhebung des amerikanischen Schuldenlimits. Die Zeit verrinnt. Sie wird immer knapper. Eine Anhebung ist immer noch das wahrscheinlichste Szenario. Aber offenbar werden auch eine Reihe von Adressen etwas nervös, beziehungsweise spielen auch Szenarien durch, was es bedeuten könnte oder wie man darauf reagieren könnte, falls diese Entscheidung nicht kommt. Die Fronten scheinen ziemlich verhärtet zu sein. Gestern gab es scheinbar ein Gespräch, was recht, ja, würde ich sagen, unversöhnlich ausgegangen ist, so wie es scheint, aus Kreisen von Republikanern war zu vernehmen, dass Präsident Barack Obama die Gespräche abrupt beendet habe und den Raum dann verlassen habe. Die Nerven scheinen blank zu liegen. Offenbar ist da auch nicht nur Sachlichkeit im Spiel, sondern wahrscheinlich auch schon eine Portion Emotion. Und das ist für eine konstruktive Lösung ja nicht immer ganz hilfreich, wenn es um so knifflige und so entscheidende Fragen geht. Also eine Einigung ist immer noch die wahrscheinlichste Option, aber es muss auch eine solche werden. Ansonsten wird es etwas schwierig für die Märkte, wenn man das mal so gelinde ausdrückt. Gestern sprach Ben Bernanke vor einem Kongressausschuss und deutete dabei an, dass man auch offen sei für ein QE3-Programm oder, wenn man es allgemeiner ausdrückt, für überhaupt Stützungsmaßnahmen. Ben Bernanke ließ es sich nicht nehmen, vor den Folgen zu warnen, wenn das Schuldenlimit nicht erhöht wird. Sollte tatsächlich das kaum Vorstellbare geschehen, dann ist wohl damit zu rechnen, dass die Fed massiv in den Markt eingreifen wird, um Verwerfungen zu vermeiden oder abzufedern, etwas zu dämpfen. Wenn wir schon bei den Rating-Agenturen sind, Fitch, die Rating-Agentur, setzte das Griechenland-Rating gleich um mehrere Stufen nach unten von B plus auf dreifach C. Das ist die schlechteste Bonitätseinschätzung vor dem Zahlungsausfall oder vor dem Statuszahlungsausfall. Ganz verwunderlich ist das nicht, denn die europäische Politik hat sich immer noch nicht auf eine konkrete Lösung verständigen können. Dieses Hickhack ist nicht sehr vertrauenserweckend. Und bitte beachten Sie zu dem Thema auch die Seiten 1 und 2 des Frankfurter Börsenbriefs, der ja dann heute rauskommt. Europa steht wirklich an einer sehr markanten, sehr entscheidenden und wohl auch historischen Weggabelung. Und es ist sehr interessant, wie hier die Entscheidungen ausfallen werden. Kommen wir zu einigen Aktien bzw. Unternehmen. Metro. Gestern soll es angeblich eine bundesweite Razzia gegeben haben wegen Bestechungsvorwürfen. Es wurde eine Reihe von Büros und Privatwohnungen durchsucht. Der Aktie hat das gestern nicht viel anhaben können. Sie legte um 1,82%. Heute geht es hier etwas runter. Aber ein solches Thema ist für die Aktie nicht sehr entscheidend. Schlimmer läuft es da schon bei der Software AG Aktien. Denn die ist heute mächtig im Minus. Es gab Zahlen, zumindest vorläufige Zahlen oder vorläufige Schätzungen. Der Umsatz im zweiten Quartal wird wohl in der Bandbreite 256 bis 258 Millionen Euro gelandet sein. Währungsbereinigt entspricht das zwar in etwa dem Vorjahresniveau von 267 Millionen Euro, aber so ganz befriedigend ist das natürlich nicht für den Markt, auch wenn die Jahresprognose aufrecht erhalten wird. Man rechnet mit einem währungsbereinigten Wachstum von 5 bis 7 Prozent beim Umsatz und mit einer Gewinnverbesserung von 10 bis 15 Prozent. Am 28.07. soll es offizielle Zahlen geben, aber heute erstmal markante Schwäche bei dieser Aktie. Terminkalender. Für heute war angesetzt Euroland-EZB Monatsbericht Juli. Hier dürfte die interessante Frage sein, ob sich die europäischen Währungshüter auch zur europäischen Schuldenkrise äußern und ob es da vielleicht neuere Meinungen gibt oder Richtungen gibt, in die die EZB hier gehen könnte. Ansonsten 11 Uhr unserer Zeit Euroland-Verbraucherpreise Juni. Dann eine Reihe von Meldungen aus den USA. Am Nachmittag unserer Zeit 14.30 Uhr ist Erzeugerpreisindex Juni. Gleich Uhrzeit Einzelhandelsumsatz Juni und die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe für die Woche. Etwas später dann um 16 Uhr Angaben zu den Lagerbeständen Mai. Außerdem gibt es heute noch eine weitere Rede von Ben Bernanke oder weitere Äußerungen von Ben Bernanke. Gut vorstellbar ist, dass es in der anschließenden Frage- und Antwortstunde dann vielleicht auch noch weitergehende Erkenntnisse oder Hinweise geben wird. Insofern dürfte hier diese Rede auch eine gewisse Aufmerksamkeit am Markt entfachen. Ja, abschließend. Die Situation bleibt sehr, sehr spannend. Die europäische Schuldenkrise ist immer noch nicht gelöst. In den USA bekommt man keine einheitliche Lösung zustande, zumindest bisher nicht. Es bleibt also spannend. Bitte bleiben Sie hier täglich mit dabei. Verfolgen diesen Videoticker regelmäßig. Und schauen ergänzend bitte auch unbedingt in die Updates rein. Gestern gab es eine ganze Fülle von Meldungen, die wir da eingestellt haben. Gestern waren es sechs, auch heute im Tagesverlauf dürfte da noch etwas hineinkommen. Schauen Sie also ergänzend zu diesem Ticker auch in die Updates auf unserer Internetseite hinein. Und eine Ankündigung schon vorab. Morgen gibt es wieder den Stammtisch im Bernecker TV. Mein Kollege Herr Bernhard Klintzing wird an dieser Sitzung oder an dieser Sendung teilnehmen. Schauen Sie bitte unbedingt dann morgen auch wieder rein in den Stammtisch auf www.bernecker.info. Das war es für heute, meine Damen und Herren. Ihnen einen sehr guten Tag. Ihr Walter Tissen. Untertitelung aufgrund der coloured Vielen Dank.